ohne intro ohne alles wir sind schon bei der wand die wand die wand jetzt hatte ich feste wand verpasst lange nicht gemacht wer weiß denn sowas unser gutes wer weiß denn sowas ewig nicht gemacht wieder was für die ältere generation nachdem die kinder und die jugendlichen jetzt noch dran waren wer weiß denn sowas ich hab's vermisst jetzt halte ich meine klappe der regierung jetzt 14 gab es in paris 1612 blutdruck messgeräte wie ein fünfstöckiges kaufhaus oder c ein öffentliches nahverkehrssystem was hältst du von b ist doch blödsinn ich würde 10 nehmen warum würde ich 10 nehmen und absolut nicht aber allein von den antworten würde ich sofort auf patten ok nehmen doch ihr habt euch da sehr sympathisch auf alle ich hätte und erst statt strau und stress genommen zu zeiten ludwig des 14 war paris mit 530.000 einwohnern eine großstadt und verfügte über mehr als 500 straßen da einige unternehmer darunter der berühmte französische philosoph und mathematiker blaise pascal hier ob die druckmessgeräte dazu entwickelten sie im jahre 1662 das erste öffentliche nahverkehrssystem doch nicht in der kaross als 5 soll also insgesamt 25 cent konnte jeder bürger in insgesamt fünf linien in einem pferde omnibus von stadtteil zu stadtteil fahren da wer hätte es gedacht ich hätte es gedacht gut hätte man schon mal der erste frage richtig gehabt welche kategorie soll es denn zur eröffnung sagt österreich bestimmt nicht österreich auch warum eigentlich straßenverkehr los können straßenverkehr ja da sind wir uns auch einig naja dann beginne wir können forscher aus würzburg zufolge künftig alkoholkontrollen im straßenverkehr durchgeführt werden ein laser am straßenrand misst alkohol in der fahrerkabine mobile wärmebildkameras zeigen temperatur des fahrers an oder c drohnen melden verdächtige fahrbewegungen über polizeifunk doch lachs keine ahnung ja wie könnte man das durchführen keine ahnung ich habe keinen lohn ich nehme mal jetzt bei alkohol also es ist aber so wenn man alkohol trinkt dann gehen die gefäße auseinander gelaufen ja auch das subjektive gefühl es wird ein wärmer aber eigentlich erfriert man viel schneller weil die wärme schneller vom körper abgeleitet wird weil sie sich außen befindet und das könnte man feststellen danach muss man die leute natürlich noch anhalten und einmal pusten lassen okay hätte ich nicht besser erklären können die lösung künftig lassen sich per blitzer nicht nur temposünde erfassen sondern auch alkoholisierte fahrer am straßenrand wird ein spezieller laser aufgestellt der vorbeifahrende autos durchleuchtet sein licht wird von einem spiegel zurückgeworfen der auf der anderen straßenseite steht dabei erfasst der laser ob sich alkohol moleküle im innenraum des fahrzeugs befinden das neuartige messsystem schlägt alarm sobald im auto eine person sitzt die mindestens 0,1 promille alkohol aber es ist nicht alles mittlerweile gibt wird immer besser und rasen müssen sie alles über dich ist jetzt nicht so dass ich das sind sache dass jemand hier mit alkohol fahren soll das ist logisch aber wahnsinn was es nicht dann alles geben soll das fragezeichen bitte der tee beutel wurde ursprünglich aus teeblättern hergestellt war eigentlich nur als transport behälter für teeproben gedacht oder c gilt als erstes internationales patent in der geschichte sri lankas ja nein vielleicht schließen wir aus eine sehr schöne frage stimmt ja den gibt es ja auch noch so wen wollt ihr denn du glaubst die richtige antwort zu wissen ja ich bin mir ziemlich sicher ich wieso habe ich eigentlich bei den gegnern immer die fragen richtig und bei mir falsch ein new yorker tee händler kleine handliche seidenbeutel mit tee um sie als proben für seine kunden zu verschicken die kunden gossen den tee mitsamt des seidenbeutels auf in der annahme dass dies so gedacht sei und der vorläufer des teebeutels warum habe ich immer vom gegner die antwort richtig und meine eignung versemmel ich gut hätte das gewusst kein plan wenn wir nehmen die nächste frage was bin ich oder andere lande und residen ach los können er nicht ja nicht und andere lande und residen ich bin dabei na los dem gurkenaufzug b dem butterfön oder c dem croissant entlüftung was schon denken kein bleiben das ist was fürs publikum und das fragen das publikum so wer weiß dass wer weiß dass ich auch wenn sie da wenn sie es wissen stehen sie auf also können auch mehrere sein zeigen sie sich auch hier der typ ganz rechts so wen nehmen wir und sie glauben das beantworten zu können nein ich glaube schon ich würde sagen es ist antwort darüber habe ich irgendwie schon einmal was gehört hallo ist wirklich wirklich stimmt werden die gewürzgurken im glas weniger fisch der deutsche auf der suche nach der letzten gurke gerne mit den fingern im sud in frankreich sind die meisten cornichangläser dagegen mit einem praktischen helfer ausgestattet auch ein sieb unter den gurken kann einfach hochgezogen werden und schon sind sie griffbereit diesen französischen egottois sprich abtropfkorb können deutsche händler auch als gurkenaufzug ok ich werde gesehen besetzt noch gehört beim franzosen gibt es sowas die sind gar nicht so weit weg 500 euro auf euer kopf ok gut wenn ich euch bitten darf die nächste kategorie bitte 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 sollen wir einfach wahrzeichen nehmen na los würde ich sehr gerne wahrzeichen bitte wahrzeichen warum hat die amerikanische freiheitsstatue in new york sieben zacken an der krone a beim bau bestanden die usa noch aus sieben staaten b sie stehen für die sieben stadtbezirke new yorks oder c sie symbolisieren die sieben weltmeer den haben sie auch vom franzosen geschenkt gekriegt ich würde b nicht ausschließen ich würde c nehmen ich weiß nicht worum aber ich würde c nehmen ich weiß nicht worum aber ich würde zu a a halte ich für ein bisschen strange ich würde es riskieren und b nehmen ok wie gesagt das ding haben die glaube ich von der franzosen bekommen hm schauen wir mal die freiheitsstatue von new york von dem französischen bildhauer frédéric august bartholdi geschaffen wurde sie von den franzosen als geschenk an die amerikaner übergeben und anschließend 1886 eingeweiht soweit richtig die lady liberty trägt eine krone mit sieben zacken die die sieben weltmeere und kontinente symbolisieren sollen hätte ich wieder richtig gehört zusammen mit der fackel sollen sie die botschaft verkünden dass die freiheit die welt erleuchtet wie gesagt aber beim gegner weiß ich alles bei meinen eigenen frauen versemmel ich es ich hätte noch nicht eine frage bei mir gewusst nächste kategorie naja gut ok geschenkt kommt dann immer gleich in österreich wer im moment mein favorit woraus besteht eine wiener garnitur a aus frackzylinder und weißer schal b aus sardelle, kaper und zitrone oder c aus bettlaken, kopfkissen und bettdecke die wiener garnitur sind erstmal österreicher ich würde sagen ich weiß es nicht b b erster kalken jetzt halte ich hier, loggen b ein so wir haben b eingeloggt wir lösen das jetzt auch wir lösen das jetzt auch die wiener garnitur game line ist ein begriff aus der gastronomie und geht einher mit einem anderen bekannten wiener nämlich dem wiener schnitzel klassisch zubereiteten tödlichem kalbfleisch diese traditionelle beilage besteht aus einer sardelle und kapern geschmackvoll angerichtet mit einer scheibe zitrone so wurde schon zu zeiten der kaiserlich und königlichen monarchie der hof verköstigt schön mal was gewusst das haben wir ja bald wieder durch der heft haben wir geschafft das ist unser körper aber nicht so verkehrt wir nehmen unser körper na toll warum sehen wir im normalen gesichtsfeld die eigene nase nicht das gehirn blendet sie aus oder die pupillen schielen an ihr vorbei oder c sie ist zu nah um damit zu unscharf pupillen blenden sie aus b achte pupillen also b halte ich für komplett ausgeschlossen das stimmt das sieht man die eigentlich nicht antwort a wir haben es eingeloggt wir schauen jetzt gemeinsam auf die lösung jetzt bin ich mal gespannt die blickfelder beider augen überlappen sich und ermöglichen räumliches sehen die nase liegt im blickfeld wird aber nicht wahrgenommen warum zeigt ein kurzes experiment fixieren wir aus einer festen position für mindestens eine minute einen markanten punkt zum beispiel eine reißzwecke scheinen umliegende dinge allmählich zu verschwinden genauso verhält es sich mit der nase da sie immer am gleichen ort ist kann das gehirn mit dieser information nichts anfangen und blendet sie aus echt cool na gut tausend euro tausend euro was nehmen wir jetzt wortwörtlich was bin ich filmstar ist total genial im labor klingt am vernünftigsten dann um die genaue garstufe eines steaks herauszufinden braucht es beim braten a eine flasche bier b die eigenen finger oder c ein blatt papier und warum weiß ich nicht also meine antwort ist c ja also wir locken sie ein dann schauen wir uns das an wir haben die lösung für sie parat dann äh ein steak lässt sich mit der druckprobe auf den punkt garen die druckprobe geht davon aus dass der daumenballen ähnlich elastisch ist wie das zu testende fleisch dabei berührt die daumenspitze die spitzen des mittelfingers des ringfingers oder des kleinen fingers derselben hand ohne zu pressen mit einem finger der anderen hand drücken sie auf die daumenballen und vergleichen es mit dem steak es gelten folgende regeln daumen und mittelfinger blutig daumen und ringfinger medium daumen und kleiner finger durch also es bleibt bei 1000 euro gut lassen wir uns einfach mal so dahin gestellt was sagst du zu wortwörtlich das klingt eigentlich ganz gut na dann wir nehmen wortwörtlich wortwörtlich ihrem lateinischen namen nach ist die giraffe a eine gölbe kuh der steppe b eine mischung aus einem kamel und einem leoparden oder c ein pferd mit einem langen hals also ich hab keine ahnung ich hab auch keine ahnung antwort a nehm antwort a ne glaub ich nicht doch sagt dir c etwas also c schließe ich mal aus lateinischer name giraffe wie heißt die überhaupt auf lateinisch nein ich würde b würde ich giraffus langus holzus nicht sagen wir nehmen b also b ist eingeloggt hier ist komische fragen heute ja der name giraffe kommt aus dem arabischen und bedeutet die liebliche seinen wissenschaftlichen namen verdankt der pflanzenfresser den römern im lateinischen heißt sie giraffa kamelopardalis kamel leopard mit dem langen hals und die römer und einem leoparden was die römer alles so gesehen haben ne na gut giraffus langues was haben wir jetzt noch übrig vieles ist ja nicht mehr ne lust was bin ich film stars im labor im labor wenn eine dose diät cola mit einer dose normaler cola in einem behälter wasser gelegt wird schwimmt die diät cola und die normale cola geht unter wie schwebt die normale cola in der mitte und die diät cola darunter oder c fangen die dosen an sich umeinander zu drehen was sind die dose cola ohne diät cola es weiß doch das wasser nicht was für cola da drin ist mit ohne und mit und ohne zucker war sogar ist irgendwas und zucker geht ja unter also zucker schwerer also schwimmt die diät cola und die normale cola geht um das ist generell aber das schwimmt die diät cola los das blauen dose haben wir cola light mit süßstoff und in der roten dose normale cola mit zucker wir geben nun beide dosen ins wasser und siehe da die normale cola geht unter und die cola light schwimmt oben habe ich einen zucker wasser weshalb die dose versinkt ein liter cola light wiegt durch die verwendeten süßstoffe hingegen nur 890 gramm ist somit leichter als wasser und das ist doch bescheid trinkt viel cola light und ihr könnt schwimmen gehen weil er geht uns nicht mehr unter ne quatsch gut haben wir ja mal was zum logisch erklärt eine frage noch für beide teams was hältst du von was bin ich ach nö ach nö filmstars nehmen wir Clint Eastwood arbeitete vor seiner Hollywoodkarriere in den 1950er Jahren als A Bademeister B Kaufhausdetektiv oder C Reitlehrer keine Ahnung Reitlehrer ich bin mir irgendwie sicher dass es B ist was sagst du zu A das glaube ich nicht gut dann nimm mir B dann Kaufhausdetektiv ich hätte Reitlehrer genommen der 1930 geborene mehrfache Oscarpreisträger Clint Eastwood mhm gute Filme ab und zu mit der Schauspielerei finanzieren in den 1960ern konnte er zwar im Fernsehen Fuß fassen sein endgültiger Durchbruch in Hollywood gelang aber erst 1971 als Dirty Harry was hat er bis dahin gemacht Davor lief er sich als Rettungsschwimmer und Bademeister finanziell über Wasser also nicht vom Beckenrand springen Gringo oh cool gut so es bleibt bei 1500 Euro wie viel haben wir auch 1500 ne so letzte Kategorie für euch na lass biet an was bin ich eine Bügelfahrt ist A ein Seniorenausflug mit Verkaufsveranstaltung B eine Testfahrt einer Straßenbahn ja C eine Achterbahnfahrt ohne Passagiere ja ne ne Bügelfahrt ist eine Achterbahnfahrt ohne Passagiere um zu schauen ob die Bügel gehen haha Halt dich für den C na lass wir nehmen C kann das wirklich sein? nein namensgebend für die Bügelfahrt sind die Stromabnehmer auf Straßenbahnen mein erster Gedanke war das bei einer Testfahrt einer neuen Straßenbahn wird primär überprüft ob die Stromabnehmer auch genug Strom bekommen deshalb wird die Testfahrt einer Straßenbahn auch Bügelfahrt genannt ich hab's geahnt am Anfang ich hab gleich gesagt Straßenbahn ach Mensch es ist auch zum Glück nur das Spiel so unentschieden unentschieden würde ich mal sagen wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung unentschieden 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 das Team Alten 1500 Euro dabei gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage eine Frage an beide Teams mit drei Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit die richtige Antwort einzuloggen genau Musik ich verrate nicht was mir jetzt zu nehmen also was wir hier nehmen schon auch nicht den Betrag den wir jetzt eingeben den setze ich jetzt einfach mal so hier habt eure Einsätze getätigt hier ist die Masterfrage hier aus der Musik bekannten Begriffe Dur und Moll durch übersetzt Dur und tief B hart und weich oder C fröhlich und traurig die Zeit läuft jetzt bam 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 Dur und Moll hell und dunkel ich glaube gab es doch bei denen immer nur hell und dunkel egal es ist zum Glück nur Spielgeld und just for fun schreibt mal in die Kommentare wie ihr drauf wart oder ob das cool ist oder nicht cool ist oder sonstiges ich mag die Sendung hat gesetzt Richtig Randnaussendung 1 Euro das war mir alles gesetzt na los richtig für alles richtig gemacht weil sonst waren nämlich unsere 1500 Wecke wir sind ja gut genau danke fürs mitspielen nächste Runde brrr schauen wir uns noch für ein Video machen ich sage wenn ihr Bock habt dass solche Videos wenn sich das ja einer angeschaut hat haute like und runter oder abo da lassen und äh ja einen Kommentar noch einen netten Kommentar reinschreiben wäre natürlich auch geil jo dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wir haben 1499 gewonnen ich schenke sie euch teilt sie euch ich schenke sie euch